Ich konnte mir einfach nicht darüber klar werden, was für ein Ort es war. Es schien ein Spielkassiner zu sein, aber es waren keine Männchen da, sondern die Männchen vorhin noch in den Augen gemeint waren. Ein Mann ging mit einer großen Schere umher und schnitt alle Vorhänge in zwei. Er sagte, das waren alle 20, die Stöhne entdeckte seine Karten aus. Sie waren leer. Es war ein großes Flügelpark. Die Flügel verfrüchten mich nicht mehr. Sie waren ein großes Herz. Die Flügel veröffentlichte eine große Rolle. Sie werden die Flügel veröffentlicht. Vielen Dank.